ho hey ho liebe transportierenden und transportierenden heute gab es ereignisse mein farbloses leben erhielt farbe ich war heute auf der suche nach neuen talenten und da gab es gleich einen fahrstuhl konflikt der fahrstuhl hatte die funktionen eingestellt und sämtlicher plunder musste plunder zitiert werden aber egal viel schlimmer war die sache mit der banane es flog eine banane im hohen bogen aus weiß ich nicht sie flog raus ich hatte die temperaturen unterschätzt und auch die quetschmöglichkeiten einer banane die hatte grob fahrlässig ignoriert und so gab es eine bananensituation in der fahrerkabine der captain sagte es wird zeit eine entscheidung zu treffen na bitte dann habe ich mich entschieden habe das flugzeugfenster aufgemacht habe die banane rausgelegt mehr nicht